Hey Leute, was geht's? Ich bin Alfa und hier ist wieder mein Soggast, Ente! Was geht's? Und wir wollen heute zu den höchsten Punkten der Stadt gehen, deswegen Ente, komm, wir machen hier direkt. Hier ist, glaube ich, einer schon der Höchsten, müsst ihr einen Leitershop mal machen. Ente, schaffst du es bis ganz nach oben hin? Hey, natürlich, Alter, safe! Ich hoffe, wir packen es, wenn wir runterfallen, ist es aus, oh mein Gott! Oh, okay, das war richtig knapp. Es geht immer weiter höher, oh, jetzt sieht man hier auch die ganze Stadt. Ich kann ja kurz hier ein bisschen höher stehen, dann sieht man hier wirklich alles, was es hier gibt in dieser Stadt hier bei uns. Einmal weiter, oha, wo bist du? Juri, komm hoch, Alter, ich bin schon oben, was geht's? Warte, ich hab das schon geblieben, easy, kein Thema für den King. Juri, du bist so lahm! Wie, ich bin lahm, ich bin oben, oha! Ente, siehst du, was da unten ist? Guck mal, guck mal, guck mal kurz. Was ist da unten, Ente? Bis bald! Hey, Ente, Junge, Ente! Hey, wo bin ich hier gesponsed? Leute, hä, warum bist du die Stein, hä? Ente, Ente, was geht's? Ente, wo bist du, Junge, Alter? Hä, hallo, tue dich so! Ich hab einfach aus dem Cobblestone-Sauber gemacht, Alter! Wir nehmen grad auf, tue dich so, hallo! Du, es war doch einfach, Ente! Oh, Mann, Leute, ich hab aus dem Cobblestone-Sauber gemacht, Alter! Was macht ihr hier? Oh, Mann, Leute, ich geh jetzt einfach. Wo geht der hin, Mann? Leute, was soll ich denn machen, ey? Und ich bin jetzt unsichtbar geworden, hä? Durchgehen... Junge, hä, warum bin ich hier gesponsed? Wo hab ich den da runtergestoßen? Der ist einfach nicht wieder gesponsed. Hä, wo geht der hin, Mann, hallo? Ente, red jetzt mit mir, wir machen grad ein Video. Ey, Leute, mit wem soll ich da Videos machen, Mann? Hä? Leute, tut so, als wär ich nicht auf der... Als würd ich nicht mehr existieren. Tut so, als wär ich hier draufgegangen, hä? Wollt ihr grad aufnehmen? Ich weiß gar nicht, was Junge Alpha machen soll. Ente, tu nicht so, ich bin hinter dir, Mann. Ey, wer Alpha jetzt da, ich würd die ganze Zeit mit dem Chillen, ich würd mit dem Döner gehen, ich würd mit dem Videos machen. Ich würd mit dem Restaurant gehen, hätte kein Geld dabei und er würde mir wieder bezahlen. Ey, dann kann ich mit mir essen gehen. Ey, ich bin doch hier auf dem Zauber, Mann, tu nicht so. Junge, ich seh sogar den Dönerspieß. Einfach würde aus mir so Dönerspieß machen, aber er ist halt einfach nicht da. Hä, natürlich würd ich uns aus dem Ente dieses Zauber machen. Warum nicht, Mann? Die schmeck' richtig gut. Junge Ente, jetzt hör auf so zu tun, Mann. Ich würd mit dem Alpha laden gehen, Alter. Einfach würd mir alles kaufen, safe. Aber ich kann hier gar nicht mehr einkaufen gehen ohne den. Ey, Leute, ich krieg Angst. Ich hab uns nicht mal keinen Zufekt. Ich, äh, Ente, tut so, als würde mich es gar nicht mehr geben. Ist hier grad alles faulerweise, hä? Nein, Ente, treu mich, Ente, treu mich. Ah, ich geh jetzt einfach nach Hause. Junge, als ob er mich nicht hören kann. Ey, es ist so langweilig ohne Alpha. Das ist so traurig. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. So doof ohne den. Junge, wo geht der jetzt hin? Aber jetzt hab ich doch mein freshes Haus, Mann. Aber jetzt gehört das Haus von Alpha ja mir. Hey, was haben wir denn da? Wie heißt das dein Haus? Was geht? Das ist mein Haus. Ich hab jetzt einfach sein Haus. Ich meine, es ist mal doof, dass er nicht mehr da ist, aber keine Ahnung. Der kommt aber nicht wieder. Dann kommt jetzt alles hier. Jetzt geh raus, Mann. Dann kommt jetzt das Tieranlage. Meine Toilette. Oh, Alter, sein Klo. Ich kann einfach, Alphas Klo benutzen. Ey, ich hab mein Klo gesagt. Er wollte auf Toilette gehen. Leute, der tut so, der treu mich. Ich nehm mal kurz das Klo mit, so hier. Ey, mach mein Haus kaputt. Oh, das Klo ist kaputt. Egal, es sieht so weit aus. Ich darf alles kaputt machen. Warte mal, Spiegel hauen wir weg. Ne, wir mal mit. Hier, der ist schön. Dann das Bett. Alphas Bett gefällt mir mehr als meins. Sonst nehme ich auch mal kurz mit. Ey, der tut so, als wäre es dein Haus. Was soll das? Ah, ich muss ein bisschen umdekorieren. Hier, steh ich das Bett rein jetzt. Wo ist der hin? Warte, der Fernseher gehört mir. Oh, da ist der Scheibe zu Bruch gegangen. Ey, warte, warte. Ihr macht mein Glas kaputt. Ey, jetzt hab ich hier ein schönes Luft. Also, jetzt rüfte ich mal hier durch. Junge, was macht ihr beim Haus hier? Ihr macht mein Haus komplett kaputt. Was soll das jetzt? Junge, Alter, und wo ist sein Tieranlage? Als wenn er mich nicht hört. Hallo, Ente. Hier steh ich jetzt das Bett hin. Hier, neuer Fernseher. Ente, hörst du mich nicht? Das Glas in der Stücke. Warte, hab ich auch meine Dias? Oh, einfach seine Kekse, Alter. Äh, hier waren doch irgendwo noch meine Dias drin. Ich hoffe, ihr nehmt die jetzt nicht. Ey, aber wo hat einfach seine Kohle, Alter? Hä? Leute, der hört mich doch. Er traut mich. Warum redest du jetzt nicht über meine Kohle? Hallo, Ente. Deine Dias hier. Hä? Er hat meine Dias geklaut, Leute. Oh, die gönne ich mir jetzt. Die steck ich dann bei mir aufs Konto oder so. Den Fernseher nehme ich aber kurz hier mit aus seinem Haus. Der klaut hier alles von mir, Mann. Junge, ich lebe noch. Warte, das ist ein Gaming-Zimmer. Oh, schade, Alter. Leute, das ist ja gar nicht traurig, dass ich weg bin. Er ist ja voll glücklich. Was soll ich? Oh, ich nehm alles mit. Hättet ihr gedacht, dass das so ist? Neuer Stuhl, neue Lampe. Er nimmt mein ganzes Gaming-Set ab mit. Ah, ein Greenscreen kann ich gebrauchen zum Streamen, wenn ich streamen will mal. Er streamt eh nicht. Was labert der jetzt hier? Hä? Alter, da ist noch Bild. Oha. Er nimmt mein ganzes Computer. Hey. Junge, Alter. Alter, ich kann doch irgendwie nichts machen. Ich glaube, ich bin in Game 2. Meine Fische, Alter. Oha, Fischkicke auch noch. Ich meine, das Haus kann ich ja auch noch verkaufen. Aber kann ich ja noch besseres machen. Zabier. Er nimmt alles mit. Klobübel, den wollte ich nicht mehr. Hey, Spiegel, sieh mal mich auch nicht mehr fast. Ich bin einfach nur halb. Ich bin unziespaar. Hey, warte mal. Was ist da im Spiegel? Hey, ich bin hier. Was geht? Junge, was ist da? Ist der Spiegel dreckig? Egal, ich nehm den auch mit. Der Spiegel ist nicht dreckig, Mann. Oh, Leute. Warum regt er mich so auf? Der regt mich richtig auf. Junge, Alter, den Baum nehme ich auf. Jo, ich hab fast alles mitgenommen. Egal. Oh, mein ganzes Lager. Oh, oh. Ich hoffe, der findet, dass ich meine Geheimverstecke. Das geht mir zu weit, Leute. Das geht mir zu weit. Ich hab einfach die ganze Küche gleich mit. Ich mach doch die Türen auf. Das musst du auch sehen. Junge, träum ich nicht. Ente. Hey, Junge, was bewegt sich da? Hey, da war irgendwas. Ich hab irgendwas gehört. Aha. Jetzt hört er mich auf einmal, oder was? Irgendwas hab ich gerade gehört. Kompitieren. Hey, Junge, Alter. Einfach Automatiktüren. Wie krass reich ist das? Was für Automatiktüren, Junge? Was? Da warst du? Was für Automatiktüren, ey? Was geht, Alter? Der macht mich so aggressiv, Leute. Was für Automatiktüren? Alter, oh, der hat einfach eine Switch hatte. Wie reich war der? Junge, er nimmt hier alles mit. Ey, der wird sehen, der wird sehen. Oh, das gehört nicht mehr alles für mein Zimmer. Oh, das stell ich jetzt alles in mein Haus rein. Gleich muss ich alles rübertragen. Wo ist sein Haus? Wo ist sein Haus, Mann? Pack alles mal in die Kiste rein. Hier, so, dir. Leute, ich kann ja wirklich nichts abbauen. Ich versuche, ihn gerade zu klicken, aber es geht nicht. Wo geht denn jetzt hin? Was hat der Vormann? Ich bringe jetzt das Zeug alles bei mir ins Zimmer. Stell ich schon mal rein. Dann kann mir das jemand wegnehmen oder ein Ticker nicht holen. Wie kann man so glücklich sein, wenn ich gar nicht mehr existiere? Sag mal, was soll er sein? Junge, ich dachte, er hätte mir traurig sein, wenn ich nicht mehr da bin. Aber ihr seht ja noch, wie er drauf ist. Oh, Leute, Mikrowelle, Alter, krass. Hä? Warte, ich kann ihn berühren. Hat er nichts gemerkt? Au! Leute, so fälliges Herz, Alter, was ist da los? Ey, tu es so, Junge. Ey, hat die Mikrowelle mir gerade den elektrischen Schlag gegeben, oder was? Was für elektrischen Schlag? Ich bin da... Hä? Junge, Alter, au! Hier, guck mich den Spiegel an, Mann. Lol, ich sehe da was. Hä? Da ist doch irgendwas, Junge. Was ist das? Ey, ich tu dich so jetzt auf. Na, guck mal, wie schön ich bin, Alter. Ich sehe so gut aus. Was für schön, Alter, ich bin hier drauf. Junge, ich sehe so gut aus, Alter. Er sieht mich, Leute. Leute, ich kann Instagram... Ich bin hier schöne. Junge, ich kann hier Bilder von dem Spiegel machen, Alter, für Instagram. Voll cool, Alter. Ey, Junge, der macht mich langsam wirklich aggressiv. Ey, ich mach einfach Bild mit meinem neuen PC, Alter. Gibt es irgendein Feuerzeug, oder so? Ich muss hier irgendwas anzünden. Ich mach Bild mit meinem neuen PC, einfach, den ich von Alpha gescamt hab, Alter. Ey, ich mein geerbt hab, Alter. Ich kann mich hinsetzen. Gibt es nicht irgendwo ein Feuerzeug. Ich muss hier irgendwie fertig machen. Oh, Leute, was haben wir denn hier? He, he, he. Ey, man sieht jetzt so viel besser aus, Alter. Nein, ich kann nicht... Leute, ihr hört meine Maus. Ich trinke wirklich Rechtsklick. Es geht nicht. Nein. Egal. Junge, man sieht einfach aus mit der Küche. Aber egal. Es sieht trotzdem einfach gut aus, Alter. Warte, ich hab doch noch eins mit der Hand. Das musst du doch sehen. Ey, ich komme nicht mal mehr rein. Aber ich hab das halt hier mit der Hand. Ey, Leute, warum schwimmt da Feuerzeug? Ey, Leute, sieh mich. Eben. Warum ist der Flur... Au. Ey, es wird gerade geboxt, Junge. Was geht hier ab, Alter? Ey, ey, jetzt... Du kannst jetzt aufhören mit deinem Schauspieler rein. Komm jetzt. Junge, Alter, au. Warum ist die ganze Zeit geschlagen? Ich geh einfach, okay. Okay, dann setz ich halt meinen Fernseher auf meinen Balkon drauf. Neue Bildschirme hier. Die musst du ja noch hinsetzen. Ey, ich kann hier einfach nicht rein. Er hat die Tür zu komplett hier zu blockiert. Hier, zwar spülen, Alter. Sieht zwar echt eklig aus, aber ist einfach gut. Leute, der provoziert mich. Oh, da ist so ein Fernseher da draußen. Der schwirrt in der Luft. Ist geil. Wo ist der? Da oben ist er, glaube ich. Ah. Warte. Hallo, es reicht doch. Au. Wieso komme ich nicht mehr durch meine Tür, Alter? Hä? Du kommst ja nie wieder raus, Alter. Jo, wieso komme ich nicht mehr durch meine Tür, Alter? Schlag mal einfach so. Hä? Lol, da ist gerade was rot geworden. Hä? Ja, hab ich gesehen. Hä, Lol. Alfa? Warte, ich seh den. Alfa, Lol, ich seh dich ganz kurz. Du wirst so rot. Ja, ja, lüg dich. Jetzt löst doch endlich auf. Das kann doch nicht sein. Hä? Junge, ich move den jetzt aus meinem TS raus. Warte, hä? So, ich move den hin und her. Äh. Ja, beruhig dich, Alter. Alter, ja, beruhig dich, Junge. Ja, ich hör dich, Alter. Ich tu doch so. Wie tust du so? Ja, ich hab dich geträumt, Alter. Ich hab so getan, als würde ich dich nicht sehen, Alter. Oh, Alter, ich bin mir gerät. Was soll das? Weil es Spaß gemacht hat, dich zu ignorieren, Alter. Du bist voll drauf abgedacht. Wie hast du mich uns nicht mal gemacht? Mit welchem Befehl? Hä? Die sind ja nicht über diese, äh, Babbeln. Ich hab Internet rausgesucht. Was weiß ich, Alter. Ich bin der Ente, Junge. Hast du mich in Game und 2 gemacht? Warum schau mal wieder Game und 0, bitte? Warte. Und gib mir die Milch, Ente. Ich will ja dabei werden. Ja, Junge, ich geb dir die Milch. Aber darf ich das Zeug von dir behalten, Alter? Nein, gib mal zurück. Ja, okay. Beruhig dich. Kriegst du zurück. Ente, wir müssen sehen. Was hast du in der Kiste drin? Warum hast du hier Toilenten, äh, Dings hier? Hä? Das hab ich alles von dir geklaut. Äh, ich mein, von dir ausgeliehen. Das kriegst du natürlich alles zurück. Äh, äh. Was geht? So, ich bin in Game und, äh, Dings jetzt. Nein, ey. Nein, nicht mehr aus, Ente, Junge. Beruhig dich, Alter. Beruhig dich. Kriegst du heute zurück? Junge, bitte, Alfa, bitte. Ey, ey, hier brennt alles. Bitte, bitte, beruhig dich. Junge, erst mal Feuer, Alter. Nein, bitte, bitte, einfach, Junge. Ey, mach das aus, mach das aus, bitte. Nein. Junge, das Haus ist aus Holz. Ah, ich brenne auch. Hey, ich bin wieder sichtbar. Du hast noch mehr Feuer gelegt. Aber ich bin wild getrunken, aber man kann mich wieder sehen. Jammen. Ne, du hast es gesehen. Junge, hier brennt alles. Nein, du brennt alles. Bitte, einfach, Junge. Warum träumst du mich, hä? Weil es Spaß macht, bitte. Alter, Junge. Ich bin schwer, das alles zu löschen. Bitte, hilf mir, bitte, bitte. Du hast so geteilt, würde ich nicht mehr existieren. Das macht man nicht. Ja, das hat doch Spaß gemacht, Alter. Und dann klaust du mir alles. Und dann war ich unsichtbar in Game 2. Ich konnte nichts mehr abbauen. Ja, was geht? Ey, du magst mich richtig aggressiv. Oh, ich habe hier noch was in meiner Tasche. Komm her. Was? Halt du dich, hör mal im Wasser. Ah. Hey. Nein, bitte, Alfa. Bitte, bitte. Hau ab jetzt. Nein, bitte, Alfa. Geh raus. Du kannst gar im Wasser brennen. Ist mir egal. Was soll ich denn? Hä? Warte, du sagst dir. Gib dir eine Dias zurück, okay? Gib alle Dias. Gib her. Ja, alles hier. Reparier mein Haus. Du musst alle Kosten bezahlen, Mann. Junge, Alter. Wie soll ich das machen? Ich habe doch kein Geld. Ich habe doch gar nichts. Alter, bleib stehen, Mann. Ah, was geht? Du hast mein Fernseher geklaut. Alles. Junge. Mein Tato Switch. Ja. Hier sind alle Items. Wo sind die? Du wirst es sehen, Junge. Du wirst es sehen. Leute, lasst einen Like da. Nächstes Mal werde ich einen Trollen. Obwohl, ich habe das schonmal, glaube ich, auch bei ihm gemacht. Ähm. Lasst einen Like da. Lasst einen Like da. Schreibt es vorbei. Oder wenn ich sage... Tschüss. Tschau.